Alter, bin ich aufgeregt? Was soll die Scheiße? Ich will so gut spielen wie eben, ich hatte ne 100er Prezim, jeden Sniper Schuss war in den Kopf drin. Das ist total lustig. Wir kriegen hier bisher kein Go. Wollen wir einfach Go machen? Nö. Go, Kevin. Ich hab jetzt mal auf Vollbild gemacht, vielleicht bringt's das, ich hatte randlos Fenster. Voll dumm. Was ist dumm? Randloses Fenster hab ich gespielt, ich hab jetzt Vollbild gemacht, das soll wohl vielleicht was bringen. Boah. Wieso landen die so viel früher als wir? Wieso sind die schneller? Wegen diesen Wellenfliegen. Ich komm nicht rein zu euch. Gegner bei mir mit Waffe. Ich hab auch nichts. Ich hab keine Waffe. Ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe. Hilfe, der ist hinter mir! Der ist, wer war das? Danke. Der ist low. Trennig. Digga! Hier ist noch einer. Noch einer. Hol ihn dir Max, bitte. Nice. Schnell belieben. Danke. Was war das Leute? Alter. Ich hab nur Schilde. Ja, hier komm runter, komm runter Max. Da außen hier. Wir müssen dann gleich weiter. Wir sind beide, draußen wo? Über mir. Error, was ist das? Was für ne Scheiße? Oh lol. Das sind die Regeln. Das sind die Regeln. Das sind die Regeln. Wenn wir nen Kill haben, dürfen wir nicht abbrechen. Nicht zweimal in Folge und den ganzen Tag nichts, man. Alter. Was ist das? Ich könnte kotzen. Von hinten schießt mich einer an Max. Echt? Ja. Ja. Also. Ey. Wie? Fightlayer. Ja. Sind low. Ich geh in Single-Mode-Shots. Ich geh in Single-Mode-Shots. Okay. Nice. Reloading. Down to target. Reloading. Finne stimmt wichtig. Verdammt ihr macht den Devotion. Da darfst du doch gar nicht fighten oder? Klar. Hast ihn? Alle down. Hat den Q für dich geplaced, aber du bist direkt. Hast gut gemacht. Ich hör Gegner. Wo? Unter mir oder so. Du hörst Steps. Ja. Gegner neben mir. Er springt runter. Ich seh sie. Der war ultra low. Wollen wir hinterher? Gerne. Klar einmal hinterher. Wollen wir direkt rein? Komm mal zu mir. Ah fuck die haben wir uns gescannt. Die wissen wo wir sind. Gegner neben uns. Die sind oben. Up and down. Der ist down. Nice. Der ist down. Nice. War der insta finish? Nee ich glaube nicht. Der hat auch gut von mir gefressen. Der ist wieder hoch. Flankier. 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 Die hat die R301. Ich glaube das kam von hier meine ich gehört zu haben. Was ist es irgendwie so? Doch da sind sie. Alter das ist ultra low. Ultra low. One shot. Ich dreh durch, ey. Let's go. Hab ihn. Down. Einer ist auf. Ja. Da kommt einer. W, W, W. W. Euer ist oben. Pass auf, Eva. Hab ihn. Eins A, Max. Let's go. Alter, ballert mich an. Stomp. Alter, wir stompen hier komplett durch. Nice, Max, nice. Jetzt kann man doch kein erzählen, was wir mit den Leuten hier machen. Eins A. Hab ich 7 kills? Ist das die Killanzeige? 20 Punkte würd ich mal sagen holen, oder? Ich hör weitere Gegner. Ja, Nordosten. Direkt einfach weiter, scheiß drauf. Von oben? Ja klar. Zone wird ein bisschen weiter weg sein. Ist egal, erstmal fighten, die holen wir noch. Und dann gehen wir in die Zone. Einer hat übel Hit. Noch ein Hit. Wir haben alle Hits. Einer hat von denen schon down. Alter, kriegt der Hit. Der ist weit. Ein bisschen hin. Oh, wie weift den? Hier hin. Nade, hit. Der ist close bei mir. Die haben alle Hits. Komm her, der ist close bei mir. Die ist echt close. Aber ein down, finishing. Links war eine Bangalore. Soll ich dir das Schild geben? Ich hör hier was. So. Zone, Zone, Zone. Fuck. Check. Lass dich die Zone im Nacken haben. Ach, das war dumm. Das haben nicht nur unser Käpt'n fehlt. Hast du noch schon den Muni? Ganze Zeit nichts. Und jetzt auf einmal alles. Scheiße, der geht nach close neben mir. Komm her, komm her, komm her. Lass mal Zone. Abfangen. Der ist direkt neben uns am Gebäude hier. Wir sind in der Zone. Hier fangen wir ab. Komm her, ich dropp dir Muni. Schnell, schnell, danke. Los geht's, der kommt jetzt. Fokus. Wo denn? Der ist hier irgendwo drin. Wollen wir rush nicht? Ich glaub, der war alleine. Das war eine Bangalore. Warte doch, bis die vielleicht fighten. Das letzte Team. Da kommt ein Airdrop. Ich weiß. Kann ein entscheidender Airdrop sein. Aber die ist hier. Lass sie doch holen. Die ist ganz alleine hier im Haus drin. Ein Kill einfach. Ein Kill. Ein Punkt. Komm. Das ist nur noch ein Squad. Und dann spielen wir nur noch gegen einen. Weißt du was ich meine? Ja, wenn du uns jetzt nicht wegholt. Ja, zwei gegen eins, Digga. Wird lieber den Airdrop. Ich würde lieber den Airdrop bewachen. Ich bin bei dir. Mit vorne. Habe sie. Easy Cook. Ein Punkt. Easy going. Der hat so gefressen schon wieder. Der hat die Legendary. Die brauch ich. Der hatte ich noch nie. Welche? 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 Die R301 Legendary. Ja. Abfahrt. Wo bist du? Wo willst du hin? Gegner. Ein Squad noch. Wo? Hat Hit. 284. Hit. Wir müssen hier so. Wir sind ja noch nicht hier so. Wie steht's, Leute? Letzter Squad. Letzter Squad. Ein bisschen Moven. Holt angefordert. Vielleicht eine Maske. Harten Hit. Üblen Hit. Ich hab fünf Schuss mit der Sniper. Jaja, ich weiß. Dann ist Schluss. Dann muss ich die Wingman zurückholen. Ultra Damage hat der kassiert, aber ich hab auch kassiert. Ist down. Halt's Maul. Ist down. Dann müssen wir rushen. Wir sind so dumm, Digga. Hast du noch schwere Muni? Minimal. Minimal. Komm her. Komm her. Ja. Musst du erstmal heilen. Ich hab einen Schuss mit der Sniper. Alles. Scheiße, Mann. Jetzt haben wir keine. Wie dumm sind wir. Wie dem Legendary war von der ganze Scheiß leer. Er ist in der Kloch. Pass auf, da kommen Nades. Ganz viele Nades. Ganz viele Nades. Kein Schaden für dich. Einer kommt links. Einer kommt links. Einer bei mir. Links ist low. Habe ihn down. Ist gefinished. Habe ihn down. Ist da oben? Alter. Weiß nicht wo der Andere ist. Hier ist er bei mir. Fuck, ich kann dich unbutlar. Habe ich. Alter, nice. Gewon. Gewonnen. Nice. Ich hab mein Killrekord glaub ich. Ich hab elf zuviel. Max, wir sind es wieder. Ich fass es nicht. Wir gucken, warte, warte, wie viele Kills haben wir. Du bist die Apex-Champions. Wir haben das mit den Legendary Rebells gekauft. Ich hatte eine... Elf Kills. Ist das insgesamt wieder? Nee, ich hab elf. Wir haben 18, 23 Punkte. Alter, 23 Punkte. 23 Punkte. Das Ding ist, ich hatte einen Sniper-Schuss, Max. Ja. Einen letzten. Und ich hitte damit.